Ist sie lesbisch? Okay, einige waren hier, glaub ich, richtig verwirrt. Also muss ich hier, glaub ich, mal ein bisschen aufräumen. Um ehrlich zu sein, hab ich lange überlegt, ob ich meine Sexualität überhaupt öffentlich machen will. Aber ich hab's gemacht und bin sehr happy damit. Kurz zur Erklärung, mir ist es komplett egal, was die Person für ein Geschlecht hat. Wenn ich jemanden mag, mag ich einfach die Person an sich. D.h., mein zukünftiger Partner könnte entweder ein Mann, eine Frau, non-binär, transgender oder alles andere sein. Falls ihr dazu noch Fragen habt, ab in die Kommentare.